Hallo zusammen, ich bin wieder hier in meiner Küche und wollte euch gerne wieder was zeigen. Ich hatte eben schon mal das Video gedreht und weil es so schön ist, kommt immer was dazwischen und man darf von vorne anfangen. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich meinem Freund was zum Brotzer gekauft. Der hat zwar noch lange nicht, aber nachdem ja so viele Sachen im Angebot sind und man soll ja Firmen unterstützen, ob das jetzt noch mit Mord sind oder im Internet, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall wollte ich gerne meine Erfahrungen mit euch teilen, weil ich begeistert bin. Ich habe eine Verpackung leicht zweckentfremdet, das ist eine von Douglas, aber ich fand die so schön, deswegen musste die her. Und zwar, worum geht es denn hier in dem Video? Man sieht noch nichts. Ich habe so größer Papier aus der Glosselbox auch zweckentfremdet. Jetzt tue ich das Ganze mal raus, damit ihr seht, was ich da gekauft habe. Also, das kommt in einer Holzschachte. Die meisten werden es schon wissen. Unheimlich hochwertig verarbeitet. Kann man da auch einen Spruch drauf machen, den zeige ich euch jetzt nicht. Und auch mit einer Verriegelung unheimlich hochwertig verarbeitet. Also wirklich sehr schön. Und zwar ist es eine Holzuhr. Es festsicht zwar ein bisschen komisch an dieses Holz, aber ich muss sagen, ich bin begeistert. Es gibt ganz viele Anbieter derzeit, die diese Holzuhren vertreiben. Ich hatte mir auch ursprünglich einen anderen Anbieter ausgesucht. Aber ich muss sagen, nachdem der ums Vierfache teurer war, habe ich mich jetzt umentschieden. Diese Uhr war jetzt, glaube ich, von 145 oder 149 auf 69 Euro runtergesetzt. Und zwar kommt die so. Das ist die Firma Blattholz. Kommt in einem wirklich sehr schönen Schächterchen. Ich tue es mal raus. Und dann ist noch so Zubehör drin. Das heißt, man kann die Uhr, wenn sie nicht passt, passend machen. Also wirklich hochwertig verarbeitet. Ich mache sie mal raus. Wirklich eine schöne Uhr. Ich habe jetzt da noch alles dran, was original ist. Ich weiß, dass sie ihm gefällt. Ich habe sie ihm schon gezeigt, aber er bekommt es erst später. Aber ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich hatte ja erst Angst, dass es, wenn sie es so runtersetzen, dass es schraubt ist. Aber ich muss sagen, ein tolles Produkt kann ich nur empfehlen. Gerade jetzt, wenn überall die Firmen sagen, Schnäppchen und runtergesetzt. Wie gesagt, das war ja über die Hälfte runtergesetzt. Und man hat, glaube ich, 100 Tage Rückgabefrist. Also wirklich sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Wollte ich euch noch mitteilen. Und ist eine schöne Geschenkidee. Man kann ja jetzt schon für Weihnachten auch kaufen. Oh Gott, ich bin schon vor diesem Weihnachtsmodus drin. Aber nachdem bei uns so viele so jetzt die nächsten Wochen, Monate Geburtstag kommen, kaufe ich natürlich schon immer ein bisschen eher, damit es dann nicht auf einmal alles so viel wird. Aber wie gesagt, ich kann diese Uhr nur empfehlen. Wie gesagt, die Firma Blattholz. Die pflanzen pro verkaufte Uhr ein Baum. Ich glaube, Australien oder so. Und ob das alles immer so stimmt, kann ich nicht beurteilen. Aber das gut gefühlt, dass man was Gutes tut, glaube ich, kann nie schaden. In diesem Sinne würde ich euch die Uhr sehr gerne empfehlen. Schaut es im Internet einfach mal. Ich verlinke euch das. Die haben sehr viele schöne Uhren. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.